Das Hessische Staatsarchiv Darmstadt ist eines der drei hessischen Archive des Hessischen Landesarchivs und hat seinen Sitz in Darmstadt am Carolinenplatz. Es dient neben dem Hessischen Hauptstaatsarchiv und dem Hessischen Staatsarchiv Marburg als Regionalarchiv. Das Hessische Staatsarchiv Darmstadt ist zuständig für Süd- und Teile im Mittelhessens. Geschichte Das Hessische Staatsarchiv Darmstadt ist hervorgegangen aus der im 16. Jahrhundert eingerichteten Kanzlei-Registratur der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, die sich zum Hof- und Staatsarchiv des Großherzogtums Hessen entwickelte. Seit 1725 war es im einstigen Residenzschloss der Landgrafen und Großherzöge in Darmstadt untergebracht. Mit dem Wandel der Staatsformen wurde es nach 1918 die Kasekunden Hessische Staatsarchiv des Volksstaates Hessen. Das Schloss wurde, wie die gesamte Darmstädter Innenstadt, bei der Bombardierung Darmstadsch im September 1944 schwer getroffen und erlitt. Erhebliche Verluste Im Zuge der Gründung des Bundeslandes Hessen wurde das Archiv 1946 regionales Staatsarchiv für den Bereich des Regierungsbezirks Darmstadt. Bestände Insgesamt umfasst die Überlieferung des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt eine Zeitspanne von der Karolinger Zeit bis zur Gegenwart. Dabei werden inzwischen nicht nur schriftliche Zeugnisse bewahrt, sondern auch Ton- und elektronische Datenträger. Im Einzelnen handelt es sich um 44.130 Urkunden ab dem Jahr 867, 27,8 Regalkilometern Akten und Amtsbücher, Seilbücher, Protokolle, Rechnungen und Kataster, 309.257 Karten, Pläne und Plakate und 104.595 Abbildungen und Fotografien. Im Jahr 2014 verzeichnete das Archiv 627 Benutzer mit 2146 Benutzertagen. Aus der Zeit vor 1945 verwahrt das Staatsarchiv Darmstadt die Überlieferung der Behörden der Landgrafschaft, des späteren Großherzogtums und anschließenden Volksstaates Hessen und seiner Provinzen Stakenburg, Oberhessen und Rheinhessen von 1820 bis 1945. Hinzu treten Bestände von Territorien des Alten Reichs, die in Hessen-Darmstadt aufgegangen sind, wie zum Beispiel Ritterschaft und Burgfriedberg, Grafschaften, Schlitz, Solimsrödelheim, Hanau-Lichtenberg, Erbach-Schönberg sowie Teilbestände aus Territorien, die nur teilweise an Hessen-Darmstadt gefallen sind, wie zum Beispiel Kurfürstentum Mainz, Bistum Worms, Mittel- und Oberrheinische Reichsritterschaft. Wichtige Ergänzungen zur staatlichen Überlieferung bieten neben den im Staatsarchiv Darmstadt verwahrten Archiven verschiedener Standesherrschaften und Adelsfamilien. So zum Beispiel der Familie von Ritt-Esel, Dallberg-Pretlack, Wolf von Todenwatt, Wurmser von Wendenheim, auch zahlreiche Nachlässe. Etwa von Heinrich von Gagern, Karl Dubost-Dutil, Reinhard von Dallwich, Karl Ulrich, Wilhelm Leuschner und Ludwig Bergsträßer. Die im großherzoglichen Haus- und Familienarchiv verwahrten Briefe und Sammlungen spiegeln die dynastische Verflechtung des Hauses Hessen-Darmstadt. Mit dem europäischen Hochhadel wieder. Heute liefern Behörden und Gerichte des Landes Hessen und Bundesbehörden im Regierungsbezirk Darmstadt ihre zu archivierenden Unterlagen im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt ab. Auch Schriften von Parteien, Verbänden und Vereinen sowie zeitgeschichtliche Dokumentation wurden und werden archiviert. Findmittel Es gibt eine 1997 gedruckte Beständeübersicht. Sie ist auch im Internet über die Archivdatenbank Hades abrufbar und wird dort laufend aktualisiert. In Hades sind außerdem nahezu sämtliche Findmittel des Staatsarchivs recherchierbar. Soweit ihre Veröffentlichung nicht aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist. An Ort und Stelle werden weitere frei zugängliche Find- und Hilfsmittel bereitgestellt. Die Ergebnisse der archivischen Arbeit werden darüber hinaus in der Reihe Repertorien des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt veröffentlicht. Haus der Geschichte Seit 1993, als der Mollerbau, das ehemalige Hof- und Landestheater als Archivzweckbau neu errichtet wurde, bilden dort Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Stadtarchiv Darmstadt, Hessisches Wirtschaftsarchiv, Großherzogliches Haus- und Familienarchiv, Archiv der Technischen Universität Darmstadt, Historischer Verein für Hessen, Historische Kommission für Hessen, Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung, Kommunale Archivberatung Hessen, zusammen unter einem Dach, das Haus der Geschichte. 1817 hatte Georg Moller das Theater in klassizistischem Stil errichtet. 1879 wurde es umgebaut, im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die wenigen an den Originalzustand, wie der Angenerden historischen Räume, wie der Karolinsaal, werden regelmäßig durch Vorträge und andere kulturelle Veranstaltungen öffentlich genutzt. Das Staatsarchiv wurde 2012 von 601 Nutzerinnen und Nutzern mit insgesamt 2.054 Benutzertagen besucht. Sonstige Aktivitäten Das archivpädagogische Angebot richtet sich gezielt an Lehrer und Schüler. Es führt in die Nutzung eines Archivs ein und bietet Fortbildungsseminare. Die archivpädagogisch konzipierten Dokumentenmappen Geschichte im Archiv bereiten Quellen in Faximile-Edition auf und kommentieren sie. Angeboten werden regelmäßige Führungen durch das Staatsarchiv. Mit dem Historischen Verein für Hessen wird im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt die seit 1834 erscheinende Zeitschrift Archiv für hessische Geschichte herausgegeben. Die Historische Kommission für Hessen publiziert landesgeschichtliche Quellen und Monografien. Das Staatsarchiv beteiligt sich zusammen mit dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt am Fest der offenen Türen in Darmstadt. Untertitelung des ZDF für Hessen